An Tempo zu machen, aber unbeirrt Michael Mays im Vorwärtsgang. Und er bestimmt hier das Tempo. Michael Mays, schauen Sie, zwingt Timo Boll in die Defensive, aber... Er ist bereit, sich zu wehren. Er zeigt jetzt besseres Tischtennis, als in den ersten Durchgängen. Richtig hoffnungsvoll sah der Bundestrainer Richard Brause nicht aus. 1 zu 3 und 2 zu 4 aus seiner Sicht.